ich ja auch ja da war es bei mir bei mir waren nicht viele gegner irgendwie so zwei gegner aber eigentlich fortschritt herzlichen glückwunsch sie haben den tod gefunden ja kann nicht wahr sein ja spiel hat es ein bisschen in sich an einigen stellen ja diese katakomben triggern mich gerade auf die reise zum mittelpunkt der erde ist ein guter film gewesen ein wenig aus der höhle keine doch verarschen folgen so ein typ tut hier die ganze zeit irgendwie was die ich weiß nicht mehr dazu nachrichten wahrscheinlich wegen der herbst herbst sektion aber dann ist eine menschschaft schützen money irgendwie kommt mir dieser ort bekannt vor ich glaube wir sind auch schlechte erinnerung irgendwie so kommt darunter da war das und welche ruhe ich habe bei den abbruch gekickt noch hatte den erschießen da der warte mal zum auf dem welt war seine laterne schießen vielleicht geht ja kaputt okay ich habe ich habe mich auf seine laterne geschossen aber aber ich habe die rübe weggeschossen jemand spuckt davon her bist du hat ja mal unter nein der früttung am schießen auf dem po der post der einzige der der hoffentlich nicht und der nicht geschützt ist ja glaube wir können weiter was ist das also ja ich höre noch zombies aber ich sehe nichts zu tun das war zum kurbeln sehe ich gerade ja dann lassen wir die kurbel erstmal kurbel sein ich sehe ich schon bei gegner aber ich sehe auch einfach fast gar nichts wieso sind wir überhaupt hier und naja genau weil wir den tod gewählt haben so habe ich vergabt das ist mal wer ist oder ich spreche ich werde das war ich habe ich habe keinen platz mehr wenn wenn da weil ich das ist kraut wenn sich noch fähigkeitspunkte muss ich haben ich wollte ich musste meine brandgranaten loswerden kollega so jetzt habe ich immer wieder tic tacs ich kann gerne kurbeln weil ich meine ich habe habe ich vorhin nicht gut angestellt beim kurbeln also werde ich probeln obel ich hätte schon mal meine springladung weit man muss was halten damit ich darüber kann wir können darüber gehen also natürlich über uns habe ich sehen kaum hier fast nichts aber da 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 kommen sie runter hat die axt auf uns werfen es glaubt eigentlich wer ist achst werfer oder wo wollte er einen neuen sport ausprobieren das ist nicht vorbei hast du den job gesehen ja das ist ein schreier wir haben eine drama queen ich kann darüber hier diese kamera gerade ja wo jetzt hier lang ja ja genau da wollte ich machen davor ist auch noch ein zombie der gerade richtig richtig chicken mäßig vor mir weggelaufen ist als ihn dann geschossen habe hallo hallo ist das im namen des gesetzes oder so was der arbeit ja es tut echt weh in ohren und ich hab schon empfindliche ohren also wenn ich mir in zehn wo anstoße so laut sich den c anzustoßen das ist immer unangenehm nämlich fühle deinen schmerz und jetzt geh weg und jetzt geh weg dann natürlich fallen ist klar die sort von mitnehmen irgendwo ist einer darum ist dass da oben dicker ich glaube dass da oben ist ein dicker ich sehe fast nichts und er hat nur gepanzerte beine ich schiebe es dir in den mund sind zum geburtstagskuchen ja ja das ganz dicker ja ja ich dachte ich habe nur ein ap ich habe weniger von der brücke ich habe einen plan in der dicke da ist dann noch mal bei den ja warte moment mein schnipp aus diesen dingen kann ich die ganze welt in die luft er überschreitet das höchstgewicht ich habe gesehen hat voll war der lebt noch ich habe auch gesagt dass er noch lebt breiten ich habe gehört fett brenzern so sei es tot er ist tot er ist tot muss nachladen keine hat irgendwie nur dynamit stangen um sich drum geklemmt weiter was mein drang ist sie kaputt zu machen er war wieder mal da was soll das gerade bin ich dem kost gewichen und habe dann instant getötet weil ja man kann irgendwie war drücken wenn die auf einen zu springen möchte im moment glaube ich und der ist ich kriege hier eindeutig sehr sehr viel stromgewehr munition dann ist schon wieder ein dicker ich mache mal wieder so ein ding bereit ich bin hierhin da kommt da ich weiß nicht ob ich den getroffen habe ich glaube ja ups tschuldigung der dicke lebt noch der dicke der dicke der dicke der dicke ich musste auch nur mal sicher gehen weiter weiter bis zu den endlichkeiten und auch viel weiter hoch ich habe schon wieder gesehen muss ich irgendwo überschießen ich habe kein schaden bekommen wir an ja hier muss ich drüber stecken ich brauche hilfe ich brauche hilfe ich habe da kommen welche hinter mir her war war lass mich los ja krabbel krabbel also so wie du noch nie zuvor gekrabbelt bist ist das etwa ein stein gott das ist alles in ordnung da unten ja ich muss ein gehalt wenn man ist hier glaube ich oh willst du mich auf den armen nehmen das ein ganz dicker mit solchen den allein wo sind der ja ich renne weg also kann ich mal verkenne ich sehe nix ich sehe nix kacke ha 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 ich weiß nicht wo ich hin muss muss nach oben offensichtlich vorsicht da kommt der dicke ich gebe dir feuerschutz feuer ja ja ich unterstützt feuer der licht ich glaube er ist tot ja er ist tot ok großartig dann kann ich mich auch hier mal umschauen sehe ich nichts hier das so dunkel ich höre irgendwas ich sehe ich dich oh gott der dynamit kann sich gefunden aber da denke ich um und bleibt uns ich jetzt kommen sie auch schon zu mir hin oh oh mein gott da habe ich ja mal eine tür ich rein ich meine auch jetzt mich auch nimmige auf arm lebt kein mg irgendwo hier bin ich da bin ich muss ja auch irgendwo in der nähe glaube ich ja ich kobe ich kobe da dauert ganz schön lange zu kurbeln jetzt gerade kollegen überall hier sind zu viele gegner sich eine kugel und spürte gefangen sich hat und dass ich noch genug schafft jetzt muss ich so nahe ich höre wo gegner bei mir denn das der stelle ja ich habe keine heilung mehr gefunden ich habe nur eine erster spray ja wenn du will ich heilung aus und nutzt das erste spiel ich glaube sie dahinten dings erkennungsdingen ich bin ein blouse ringen hier und im leben ja glaube ich auch hier hier ist was diesen da hinten da da in der richtung da ist ein so da wenn ihr geradeaus guckt sein ist 1 in der ferne und grünskraut ich habe es getroffen ich mache das ding aufstelle ich muss ja durch ja es gibt keinen felsen zum zerspanschen aber immerhin haben wir einen felsen runter geschoben nach kontrollpunkt ich kann auch meine perspektive ändern von links oder rechts schießen will ja ich kann sie nämlich auch auf den rechten stick drücke hier schon wieder zombies und bist fast tot ja 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 nein ich bin schon wieder runtergefallen ja also ich rette mich schon die bocke darunter gefallen ja ich auch ja ich glaube hier hast du noch ich habe noch vier energieeinheiten vielleicht auch der erste fläche einsetzen nur noch ein da kommen wir mal also bei mir muss es nicht einsetzen ich habe fünf energieeinheiten deswegen ja ich glaube nicht derjenige sein sollte der kurbelt aber wir beide müssen kurbeln ja wir müssen beide probeln ja wir sollten es noch nicht machen es ist zwar kein corona mehr aber bitte halten sie abstand weiter geht's ja ja da muss vielleicht einer immer nur an der kurbel dran damit er weiter geht wahrscheinlich nicht ja ja los ja 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 naja ja 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 das ist ein dicker wo wir sind da wir ja mit freundlichen gefallen nein ich kann nicht angefasst ja nur einer geht diesen felsen und glaube ich ich bin gleich da ich bin gerade in den abgrund gefallen aber ich lebe doch was zum wasser also irgendwie war die cutscene und die sprausgabe gerade nicht eins keine ahnung einfach spaß haben ich hab den spaß meines lebens noch mal noch mal schwimmen level gott einfach schwimmen 132 meter noch wie sollen wir das denn schaffen ich muss gedrückt halten sagen wir mich hier nichts ankratzt mit meinen einen hp ist ja noch alles okay ja ich muss mir nur irgendwo den fuß anstoßen ich bin tot noch noch nie ich habe nur die hälfte hier sind zombies ja na klar muss ich denn hin sehe ich wo ich hin muss ich auch nicht ich habe gegeben danke aber ich glaube wir werden sterben aber wir haben kontrollpunkt also hier hier ist ein luftloch ich bin ganz andere richtung geschwunden warte warte lass mich auch das geht auch okay wenn wir uns erteilen können doof 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 danke selbst unter wasser rettest du mir das leben natürlich sind fähigkeitspunkte 2000 2000 warte warte ich habe was wir nie an und da lang gleich sind wir da da kommt einer kraft und dann pass auf ja ja ich würde mich mal zuschlagen ich tue einfach nur meine flache annehmen und so nein nein schnell hm 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 der schwere doch fisch der hat verlaufend abgesehen zombie fisch ich habe nur einen namen auf dem bildschirm ich sehe auch zeit gab ich nehme die akkone direkt durch die nase hast du gerade in die nase gestochen da muss irgendwas drücken gerade ja ich muss aber die ganze zeit jetzt muss ich ganz schnell drehen und schiebe dir in den rachen schon wieder getrennt ist klar das ding ist noch hier was du bist im wasser warum bin ich im wasser muss ich ja wo zum teil muss ich ja ich muss dahin ok hat habe ich nicht an kraut gefunden aber der grüne ist nur ein bläden können sie mir mit dem gitter helfen ich versuche moment helfen sie mir schlangen abzeichen kommt überhaupt hin das könnte es sein dann muss ich ja noch zählen wieder dankeschön habe ich ja durch wir sind ja dadurch gekommen du bist ich schieße auf ihn wenn ihr was gemacht hat ich bin auch der einzige der nur auf den schießen kannst oder ja ich kann ja ich muss ja die ganze zeit machen also tatu verging zombie ja 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 nein 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 ja 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 das ist echt nicht ein tag warum lehren hat gesagt hat ich habe keine pustole money ich glaube das ist nicht so gebracht warte mal bevor ich ein bisschen bewegt manchmal weil ich muss mich auch ein bisschen positionieren dann weiß ich lass mich mal sterbe ich jetzt gerade überhaupt kein trocken mit dem meyer schicht nicht in deiner schicht sogar kein ton ich habe überhaupt keinen ton aber manchmal weil ich glaube ich dass man auch wissen ja das ist mich auch ich auch ein paar mal bei mir irgendwie bei den letzten hat soll man weggegangen ich habe immer noch keinen ton ich mach den tod für dich ja ich möchte macht sein essen nein ich wollte erschossen jetzt werde ich weiter schwimmen ein schrot gewährten schrot gewährten da ist als ob ich muss ganz schnell drehen und da ist ja schon wieder für zwei sekunden wahrscheinlich hier ist eine leitung damit ich runter kann spieleinstellungen ton alles ist da ist einfach 100 prozent das ist bei mir auch manchmal irgendwann ist ja mal wieder weggegangen ich weiß noch nicht wie aber du hast du hast die ganze sound ich habe ja 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 aber mir war auch manchmal ich weiß und ich werde immer weggegangen ist und wir werden ja sehen gehen wir erst mal weiter jetzt haben wir den frisch es war hinter uns gelassen ja und von habe nicht bekommen sondern vielleicht noch ein paar sachen für dich hier sieht nicht so aus doch da noch ein bisschen sturmgewehr munition meine akka müsste ich ein bisschen ball an davon habe ich so viel politik keine pistolen money wir tun eigentlich bei zwei schrotgewehr zwei verschiedene schrotgewehr munition und brauchen verstehe ich nicht 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 nach los doch wenn ich mir die munition überlegen ich muss meine waffe wechseln ja doch rechtzeitig geschafft habe der tatsache und er tt der crash bandicoot ja 10 punkte ja 10 also wenn wir damit nicht bei olympia da reinkommen weiß ich auch nicht weiter flieger wunderschön beweise und zerstört alle beweise ist er nicht glücklich können wir rausfinden wo er hin ist keine sorge ich lasse ihn beschatten er ist ein privat nach china fliegen will china ich wusste es hier die chinesen nach china sehen sie sich da feuer was passiert ein weiterer bioterroranschlag wir müssen simmons stoppen und ihn in gewahrsam nehmen uns fehlen beweise und moment sind sie beide die hauptverdächtigen nein wir haben es mit einem heil geklopft wir können es nicht gewesen ja genau hören sie eine getäuschen sie unseren tod verschaffen sie das natürlich aber wir können die nicht täuschen was haben sie vor was haben sie vor wir reisen nach china wir fliegen nach china wir fliegen nach ja wir haben das kapitel zu ende das heißt wir achten das war das war ein relativ kurzes kapitel ja der maß hat acht tode alter ja wir beenden macht mal das spiel was vor den kräftigen machen bei den ton und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder also bis dann und ciao ja tschau tschau